Was ist das, was ich hier von der Bühne erzählen soll? Also im Prinzip, hört ihr Italienisch, versteht ihr auch kaum, was das da ist, wenn ihr das nicht extra gelernt habt, dann ist das gleich. Aber von jedem Lied werde ich mal eine ganz kurze Fassung erläutern hier, also worüber es geht in dem Lied, damit ihr euch ein bisschen mit Gedanken und Gefühlen euch dahin schweben lässt. Und ich habe da übrigens, jemand hat mir das vorgeschlagen und hat gesagt, mach mal doch CD Release Party. Da dachte ich, naja gut, aber alleine ist ein bisschen doof. Da dachte ich mir, ich kenne einen guten Gitarrist, der steht rechts von mir, Zaki. Da habe ich den angerufen und gesagt, Zaki, könntest du mir mithelfen, Gitarre zu spielen? Ich spiele Bass, du spielst Gitarre und den Rest lassen wir so von so einem Stick laufen. Das ist ein bisschen ein Schlagzeug, ein bisschen Backgrounds, halt so, wie ihr halt heutzutage so meistens macht. Also viele machen das so. Zaki sagt, nein, lass uns mal live spielen. Ja, und wie? Ja, also es gibt ja Dirk noch, sagt er, und Rainer. So, Dirk ist jetzt und Rainer. Und die machen das mit. Und dann präsentierst du deine CD und wir präsentieren unsere CD. Na ja, Mensch, das ist doch toll. So, wir haben zweimal geprobt und das Ergebnis könnt ihr ja gleich hören. Wenn da auch ein paar Kleinigkeiten nicht so ganz genau sind. Da sind ja hier Experten sitzen hier vorne, ne? Also da sind wir sehr aufgeregt. Ja, Experten, die hören ganz genau hin, ne? Die Muckapolizei. So, dann bitte nicht böse sein. Ja, was ist mit Hube? Ah, so. Viertelung. Ja, gut. Gut, dann denke ich mal, ist ja die höchste Zeit, anzufangen. Natürlich, ich sehe ja noch Anka und Ossi nicht. Na gut, wie wir alle Osteuropäer sind, so nicht so sehr künftig. Aber nun, was soll's. Die werden wahrscheinlich ausgemacht kommen. So, ja, wir fangen mal an mit dem ersten Lied. Ich erzähle jetzt über jedes Lied eine ganz, ganz minimale Geschichte. Also ich hab das selber übersetzt, also nicht böse sein, ne? So schnell verläuft ein Tag. Und die Nächte verbrennen wie ein heißer Wind. Und ich spüre, dass ich nur deswegen lebe, lebe wegen unruhigen und heißen Gefühlen. Oh ja, 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 genau, genau. Da fühlt sich jemand schon angesprochen. Ich brauche die heißen Stunden mit dir, wie das Wasser und Gras den Glutschein braucht. Das Leben, das ich mir gewählt habe, teile gerne, sehr gerne, nur mit dir. So, das ist das erste Lied. Das ist das erste Lied. Das ist das erste Lied. Das war's. 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 Das war's.